In der frühkindlichen Phase sind neben den Angeboten zur Kindertagespflege, Krippen und Kindergärten insbesondere für Berufstätige eine wichtige Stütze. In der Krippe werden Kinder bis zum Alter von drei Jahren betreut. Kinder zwischen drei und sechs Jahren können in Kindertageseinrichtungen, sogenannten Kitas oder Kindergärten, untergebracht werden. Im Grunde sollte für jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein Krippen- bzw. Kindergartenplatz zur Verfügung stehen. Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen unbedingten Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, § 24 SGB VIII. Dennoch sollten sie sich frühzeitig um einen Betreuungsplatz für ihr Kind kümmern. Es gibt kommunale, kirchliche und privatwirtschaftlich organisierte Kindertagesbetreuungsanrichtungen. Neben Pädagogik und Angebot sind auch die Kosten unterschiedlich. Finden Sie selber heraus, was am besten zu Ihnen und Ihrem Kind passt. Optimal wäre ein Kinderbetreuungsplatz in der Nähe Ihres Alltagsumfeldes oder sogar nahe zu Ihrem Arbeitsplatz.